Dieses ist ein kurzes und knappes Video, wie ihr schon erkennen könnt, Spiel der Spione. In den Modi Spiel der Spione kann jetzt, also da gab es vorher so einen Bug oder so, darunter soll es auch nicht gehen und zwar, denn heute soll, ich weiß nicht um wie viel Uhr, die Playstation 5 angekündigt werden, wie ihr es auch im Titel gelesen habt. Geht es heute um die Playstation 5. Genau, da geht es heute um die Playstation 5. Wir haben ja noch alle die PS4 und ich werde natürlich morgen natürlich auch dazu ein Info-Video rausholen, was da alles neu ist, das heißt, ich hatte schon eine Hoffnung, aber wir hören uns morgen wieder am alten, frischen im Shop-Video als erstes und danach mache ich einen Stream vielleicht oder danach mache ich sogar schon das Video über die Neuigkeiten bei der Playstation 5. Und dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.